Microsoft Forms erlaubt es uns, Formulare zu erstellen, die jede beliebige Person ausfüllen kann. So können wir beispielsweise Projektanfragen von potenziellen KundInnen sammeln. Die Antworten möchten wir dann in einer SharePoint-Liste abspeichern und wie all das geht, das schauen wir uns in diesem Video an. Dazu erstellen wir eine Microsoft Form sowie eine SharePoint-Liste und wir verbinden die beiden über Power Automate miteinander. Also, los geht's! Hallo und schön, dass du hier bist. Wir starten damit, unsere Microsoft Form zu erstellen und dazu befinden wir uns in irgendeinem Office 365 Produkt. Ich bin gerade auf der Office.com-Seite. Dort gehen wir links oben aufs Waffelmenü und bei mir finden wir hier jetzt schon Forms, weil ich schon mal damit gearbeitet habe. Falls das bei dir nicht der Fall ist, dann geh einmal auf alle ihre Apps erkunden. Es öffnet sich ein neuer Tab. Wir scrollen hier nach unten und dann können wir die verschiedenen Programme nach Kategorien erkunden. Und hier finden wir bei der Produktivitätskategorie die Forms. Und da klicken wir einmal drauf. Den anderen Tab können wir jetzt nochmal schließen. Und dann erstellen wir hier ein neues Formular. Wir gehen also auf neues Formular. Da klicken wir einmal drauf. Wir nennen das Ganze heute Aufträge. Und dann fügen wir uns mal eine Frage hinzu. Wir möchten zuerst mal einen Text haben. Und zwar möchten wir den Namen der Person abfragen. Wir möchten diese Frage erforderlich machen. Und dann gehen wir zur nächsten Frage. Und zwar sagen wir auch hier wieder Text. Wir möchten die E-Mail-Adresse haben. Auch das machen wir erforderlich. Und zu guter Letzt möchten wir noch eine Projektbeschreibung haben. Und hier möchten wir auch eine längere Antwort zulassen. Perfekt. Damit sind wir mit unserem Formular schon fertig. Wir können das Formular teilen, indem wir auf Antworten sammeln gehen. Da klicke ich einmal drauf. Hier stellen wir jetzt noch ein, dass jeder darauf antworten kann. Das heißt, auch Personen außerhalb unseres Unternehmens können dieses Formular beantworten. Und dann kriegen wir hier einen Link. Wir können die URL auch noch verkürzen. Dann herauskopieren. Und können es damit auch auf unsere Webseite dann einbetten zum Beispiel. Wir öffnen das Ganze einmal im Inkognito-Modus. Ich mache ein neues Inkognito-Fenster auf. Haste den Link hier herein. Öffne das Ganze. Und aktuell sieht es so aus. Wir werden diesen Tab dann auch gleich noch nutzen, wenn wir das Ganze testen. Und deswegen schiebe ich das jetzt einmal zur Seite. Und jetzt möchten wir unsere SharePoint-Liste erstellen, in der wir die Antworten dann speichern möchten. Wir gehen auch dazu nochmal auf unser Waffelmenü. Finden dann hier SharePoint. Ich klicke da einmal drauf. Jetzt gehen wir auf die Webseite, wo wir unsere SharePoint-Liste erstellen möchten. Bei mir ist das das PowerApps-Team. Und dann sage ich hier, wir gehen auf Neu. Wir wählen eine Liste aus. Und dann erstellen wir das Ganze als leere Liste. Und wir sagen hier, das sind unsere Leads, die wir uns hier abspeichern und erstellen diese Liste dann. Wir haben standardmäßig eine Titelspalte in SharePoint. Die nutzen wir im heutigen Video für den Namen der Person, die das Formular ausgefüllt hat. Dann sagen wir Spalte hinzufügen. Wir möchten einen Text haben. Gehen auf Weiter und möchten uns hier die E-Mail abspeichern. Dann haben wir ja noch die Projektbeschreibung in unserem Formular. Wir gehen also nochmal auf Spalte hinzufügen. Mehrere Zeilen. Weiter. Und sagen hier, das soll die Projektbeschreibung sein. Außerdem möchten wir uns auch noch abspeichern, wann das Formular übermittelt wurde. Und deswegen sagen wir nochmal Spalte hinzufügen. Wir gehen auf Datum und Uhrzeit als Spalten-Typ weiter. Sagen hier mal Abgabedatum. Und dann speichern wir auch das hier einmal ab. Auch damit sind wir in SharePoint fertig und jetzt wechseln wir zu Power Automate, wo wir die Automatisierung vornehmen können, dass immer, wenn das Formular ausgefüllt wird, ein neuer SharePoint-Datensatz angelegt wird. Falls du einen schnellen Einstieg zu Power Automate brauchst, dann kann ich dir mein Tutorial dazu empfehlen, das ich dir rechts oben und auch unten in der Videobeschreibung verlinke. Wir gehen auf unser Waffelmenü und dann finden wir hier Power Automate. Ich klicke da einmal drauf. Und dann gehen wir auf Create oder Erstellen. Wir möchten ein Automated Cloud Flow erstellen, einen automatisierten Cloud Flow. Und dann sagen wir hier, wie soll dieser Flow heißen? Wir sagen Leads in SharePoint-Liste. Und was soll unser Trigger sein? Wir sehen den tatsächlich hier schon, also when a new response is submitted. Wenn du das hier noch nicht siehst, dann kannst du einmal nach Forms suchen und dann wirst du diesen Trigger hier finden. Du klickst den dann einmal an und dann gehen wir auf Create oder Erstellen und damit wird unser Flow erstellt. Ich klicke da einmal drauf. Aktuell ist hier noch keine Connection gefunden worden. Das verändere ich einmal. Ich gehe auf Change Connection. Dann wird hier mein Microsoft-Konto gefunden. Ich habe es jetzt auch schon mal angeklickt und damit ist es verbunden. Dann gehen wir hier auf Form ID. Und hier finden wir jetzt verschiedene Formulare. Wir haben ja gerade das Auftragsformular erstellt. Deswegen klicke ich da einmal drauf auf Aufträge. Jetzt möchten wir die Daten aus diesem Formular auslesen und das machen wir in einer neuen Aktion. Wir sagen Add Action und dann gehen wir hier drauf. Wir suchen nach Forms und dann finden wir hier Microsoft Forms Get Response Details. Da klicke ich einmal drauf. Wir müssen zuerst mal die Form ID übergeben. Das ist unsere Aufträge-Liste. Und dann haben wir hier die Response ID. Und die lesen wir jetzt dynamisch aus. Dazu gehen wir auf unseren Blitz und dann finden wir hier Response ID von dem Schritt davor in Power Automate. Ich klicke da einmal drauf. Okay, jetzt haben wir die beiden Schritte schon mal. Und jetzt möchten wir einen SharePoint-Datensatz erstellen. Wir gehen auf neue Aktionen. Wir suchen nach SharePoint. Und lassen uns alle SharePoint-Aktionen anzeigen. Und dann suchen wir hier nach Create Item. Da klicke ich einmal drauf. Wir haben jetzt die Site Address, die wir übergeben müssen. Bei mir war das ja das Power Apps Team. Dann den Listen-Namen. Die werden jetzt gerade geladen. Und dann finden wir hier Leads. Das war die Liste, die wir gerade erstellt haben. Ich klicke nochmal woanders hin. Denn jetzt verändern sich die Advanced Parameters. Da gehe ich mal auf Show All. Limit Columns by View. Das brauchen wir nicht. Die anderen Parameter hier sind aber unsere Spalten in der SharePoint-Liste. Und die möchten wir befüllen mit den Informationen aus unserem Formular. Und dazu sagen wir in der Titelspalte. Das nehmen wir jetzt dynamisch. Und wir haben jetzt hier auch mehr Optionen. Weil wir haben ja mehrere Schritte schon in unserem Power Automate Flow. Also hier sehen wir die Response-ID. Die von der Aktion When a new response is submitted zurückkommt. Und hier finden wir die Get-Response-Details-Information. Und wir sagen jetzt in die Titelspalte kommt der Name der Person. Dann haben wir die E-Mail-Spalte. Hier tragen wir die E-Mail ein. Wir haben die Projektbeschreibung. Dort kommt Projektbeschreibung rein. Und ins Abgabedatum. Dort kommt Submission Time rein. Ich klicke auch das nochmal an. Und dann sieht es für mich schon sehr gut aus. Wir speichern das Ganze einmal. Und jetzt möchten wir das auch testen. Dazu gehen wir einmal zurück. Und jetzt sehen wir hier die Übersicht über diesen Flow. Und wir sehen, wann der ausgeführt wurde. Und jetzt führen wir den auch mal wirklich aus. Dazu hole ich nochmal das Inkognito-Fenster von vorhin rüber. Wir tragen uns hier einmal selbst ein. Wir tragen eine E-Mail-Adresse ein. Und dann auch eine kleine Projektbeschreibung. Ich möchte eine Lagerverwaltung. Und dann senden wir das Ganze einmal ab. Die Antwort wurde jetzt korrekt versendet. Wir können dieses Fenster schließen. Und dann können wir uns im Formular einmal anschauen. Wir haben hier unsere Antwort drin. Dann schauen wir uns auch den Power Automate Flow an. Dazu klicken wir hier einmal auf All Runs. Und dann sehen wir jetzt, das wurde schon ausgeführt vor einer Minute. Wir sehen, wie lange das gebraucht hat für die Ausführung. Und wir überprüfen auch mal, ob alles korrekt funktioniert hat. Dazu gehen wir einmal in SharePoint. Und hier sehen wir jetzt, dass der Eintrag korrekt in unsere SharePoint-Liste übermittelt wurde. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie du mit Power Automate einen ganzen Genehmigungs-Workflow automatisieren kannst, dann schau dir gerne mein Video dazu an. Ich wünsche dir alles Gute bei der Umsetzung. Noch einen sehr, sehr schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.